Ein zweites Halbzeitstab herstellt und ein wundervoller Koffer. Und nochmals drei, vor allem der Kofferkapitel der Leiter, der Torhüter, Alex Mayer. In der zweiten Halbzeit, die haben schon gesagt, dass der Professor gespielt und natürlich dann auch gewohnt ist. Und für uns ist es ein Gebüter dabei, dass er ein schlechtes Koffer war, die Stacheuję sonst жен π aplaudieren! Die St Cathсь 01. Die St flow accol aujourd'uns einig.